Es gibt tatsächlich immer noch Vertriebsorganisationen, die messen ihre Tele-Sales oder Telemarketing-Agents primär nach Schlagzahl. Also wenn da richtig als feste KPI, 100 Calls pro Tag oder was weiß ich, sind wir, okay, finde den Fehler. Ich vergleiche das mir so ganz gern mit Minensuchern, also Goldminenadern-Sucher und so weiter. Also du schickst dir auch nicht, sagen wir mal, jetzt irgendwelche Leute in den Dschungel und lässt dort möglichst viele Löcher graben. Möglichst viele Löcher graben. Der Dschungel ist unendlich groß. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Gold triffst oder irgendwelches Edelmetall im Boden? Du schickst dir erstmal ein Satellit hin und lässt das Ganze erstmal komplett voruntersuchen mit irgendwelchen Geologen und so weiter, bevor du da überhaupt erstmal jemanden hinschickst mit einer Schaufel und der anfängt da ein Loch zu graben. Es ist also nicht die Anzahl der Löcher, die du graibst, sondern die ganze Vorarbeit. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit acht Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen.